Musik Herzlich Willkommen zurück zu Super Meat Boy Wir machen die Salzfabrik jetzt wie in der letzten Folge auch besprochen Wollen wir direkt mal loslegen Und da gehen wir schon auf die Salzfabrik zu Ja, ein komplett leeres Level mit 20 Welten plus Endboss im Anschluss Dann wollen wir direkt mal Spaß haben Ich denke mal, kurz mal testen Ja, war so klar Salz dürfen wir nicht berühren Fleisch verträgt kein Salz Und das erste Abflug Oh, scheiße Oh, was? Wir müssen nach oben Okay, wir haben mal die Bandage mitgenommen Alles klar Wir wollen eben die Bandage mitnehmen Und müssen dann anscheinend wieder hoch Einmal So und Matsch Oh Gott Es fängt schon wieder gut an Und hüpf, und hüpf Verdammt Und hüpf Oh Gott, wie schwer ist das denn Wie soll ich denn den Sprung hinbekommen? Also ich denke, klar Ich kriege das schon irgendwie hin Aber Da muss ich erstmal noch ein bisschen üben Hoffentlich nicht allzu lange Nam, 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 nam Okay So, und hüpf Und hüpf Ah Okay Wir haben die Bandage Jetzt will ich aber trotzdem noch eben schnell die Map auf A plus mitnehmen Damit wir das später nicht noch machen müssen Okay So nicht Verdammt Da wollte ich zu schnell sein Hopp, hopp, hopp Und voll durch Nein Alter Noch schneller Okay Das sah schon ganz gut aus Wir müssen trotzdem diesen Zwischenstock da mitnehmen Oder sterben Oh Gott Zu viel Speed, zu viel Speed Aha Was war das? Ich glaube, das kann jetzt schon knicken Alter, wie lang Wie viel habe ich denn Zeit? 8,3 Sekunden Ja Ja, da haben wir echt zu viel Zeit vertrödelt Ah Es fehlte echt nicht viel Verdammt Diese eine Vertrödler hätte nicht sein müssen Jetzt haben wir es Ja A plus Ähm An die Decke gestoßen Sah auch wieder gut aus Ah Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen Ist doch recht früh am Morgen Ach Ach du Scheiße Ich glaube, ich habe den Bandage übersehen Ja, da oben in der Mitte ist eine Moment, wenn wir da runter springen, kommen wir denn dann wieder hoch? Ähm Ich will mal kurz gucken, wie wir dann da wieder hochkommen Warum mache ich dann halt? So Ja Ähm 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 Absolut kein Plan gerade Ich mache jetzt mal die nächsten Welten Weil anscheinend sind die Bandagen nur, um die anderen Spieler freizuschalten Ähm Ah Oh Da ist ein Da brauchen wir einen Schlüssel, oder? Das ist ja geil Mal hepp 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 Aaaaa Habt ihr den Schlüssel schon gesehen? Ich noch nicht Verdammt Wo ist der? Ah 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 Wartet mal Da ist doch was runtergefallen, oder? Ach du Scheiße Hahaha Wie geil ist das denn? Übel, 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 übel Warpzone 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 Sag dich doch Super Meat Boy Skettle Level 1, die erste Ach du Scheiße Ach du Scheiße Das ist ja verwirrend, weil Diese Pixel auch noch So Strahlung ausgeben Ähm Hallo? Wie komme ich bitte schön an die Bandage? Hoch, kann ich gar nicht springen? Hm Kann man hier doppelt springen? Welt 1, die zweite Ach, verdammt Okay, kurzen Zwischenstopp auf diesen Block Gut, dass wir jetzt in jedem weiteren Level, das hier kommt, immer wieder drei Leben haben Ich versteh's nicht, echt nicht Egal, wir machen erstmal hier fertig Warpzone anlagt Vielleicht können wir uns da irgendwie mit einem anderen Charakter oder so besser klarkommen Hey, sah gut aus Direkt ein Abfluss Easy peasy Oh Oh Wie gemein Haha Yay, erstmal überall lang springen Okay Ah Und Tap Ich hab ne Warpzone gesehen Ähm Ich hab sie gesehen, aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll Scheiße Mehr Speed Tap Tap Oh, da muss ich irgendwie tiefer landen So zum Beispiel Verdammt Das ging doch eben so einfach Hallo Yeah, jetzt aber Haha Da haben wir nochmal Glück gehabt Aber wie bitte schön soll ich an die Warpzone kommen Wartet nochmal Da sprang unser erster ins Unglück Ich hab da so ne Vermutung So nichts Nein Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da dran springen sollte Ach Ich weiß es doch Ach du Scheiße Wer das denn so einfach schaffen Wir müssten nur versuchen, da rüber zu kommen Dann haben wir die Möglichkeit Nein Nein Ach verdammt, ey Käpt'n Video Alter Jetzt hör auf, so bunt zu sein Hüpf mal anständig Ähm Ich halt doch Rennen sogar gedrückt Was mach ich denn jetzt falsch? Gibt's doch nicht Gibt's doch nicht Äh Hä Bitter Nimm dir so mehr Schwung? Noch nicht wirklich, ne? Ah Ich muss weiter runter Weiter runter Hm Weiter runter Verdammt Ich trau mich nicht Komm ich da drüber, verdammt? Aha Es hätte so einfach sein können Wenn Käpt'n Video hier einfach mal Ein bisschen mehr Anlauf bekommen würde Aber der ist einfach nicht schwer genug Naja Machen Alter Wie gemein ist das denn? Ja Ist klar Hallo Da haben wir zu lang getrödelt Boah Wie übel wird das denn? Jetzt werden wir auch noch abgeknallt Wie beteuert Äh Hallo Hilfe Alter Also wie soll ich das denn schneller machen? Bitteschön So vielleicht Und einmal runter Matsch Ja Ja Okay Noch Easy Oh nein Ich will diesen komischen Strahlenblaster da Nein Eine Welt wo man schnell sein muss Äh Oh Nein Noch schneller Übel, 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 übel Und höp Und höp Habt ihr euch den Weg gemerkt? Easy, easy, easy Nein, nicht easy Oh Gott Oh Gott Das war knapp Wie soll man denn da bitte schön langsamer sein? Oh 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 Da wurde mein Kopf gerade Kaputt rasiert Oh Gott Oh Gott Sohn oder sowas Oder sowas in der Art Den wir glaube ich eh nicht in der Reply Nein Nein Oh Oh Mieetie Hackfleisch Ich Ich Oh yeah Wer ist der beste Fleischkloß der Welt? Ich Oh, jetzt haben wir aber... Doch, wir müssen uns beeilen, wenn ich das rieche... Ja, nein Oh, 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 oh Das ist ja echt tricky Oh, mir... Oh, wow Mir krauts vor der Dark World Boah, wir werden zerwetzelt Alter Oh, Mann Haha, wie geil, wie aufregend Ähm Ja Sonst noch was? Oh, oh, oh Ja Das war jetzt irgendwie doch einfach recht Oh, nein, es war nicht einfach Wir haben eine Wand Hallo? Wie sollen wir bitte schön... Oh, 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 oh... Tadaa Plus A war das jetzt wieder, oder? 17 Sekunden haben wir Zeit Mal kurz schauen, ob das geklappt hat Oder hätte Von der Zeit her? Von der Zeit her? Sorry, dass ihr sie wiederholt haben müsst Klickt einfach sieben Sekunden vorne Und dann hat sich das Ne, okay Ähm Ach, du Scheiße Ach, du Heilige Ach, du Heilige, Heilige, Heilige Macht auf... Oh, nein Ich hasse diese Welt Ich hasse dieses Spiel Eigentlich hasst du es ja gar nicht Das macht super viel Spaß Ach, wir haben das Ding ausgetrickst Nein Da ist noch... Ähm So, erstes ist ausgetrickst Kurz einen Zwischenstopp machen Wie kriegen wir das jetzt hin? Und... Uah Was? Okay, der kurze Zwischenstopp war das Problem Und jetzt war mein Tod das Problem Nein Komm, mach auf die Scheiße hier Alter Nein, 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 nein